Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Interaktiv. Heute Sonntag mit dem ansatzbeliebten Jutschke. Hallo Jutschke. Hallo, hallo. So, ja, sorry, der Livestream funktioniert nicht. Dann hängt sich das Drecksding auf. In einem Test davor hat schon mal funktioniert. Leider jetzt nicht mehr. Ja, kann ich im Moment nichts dran machen. Müsste ich mal die Woche untersuchen. Ich wollte es ja heute austesten. Im Moment geht es halt leider nicht. Von daher an die Leute, die bei Twitch zugucken wollten, sorry. Was nicht geht, geht nicht. So, ich muss gerade noch ein bisschen hier ein paar Leute verwalten, immer hin und her schieben. Ah, der ist direkt raus. Was war das? Okay. Nehmen wir an, nehmen wir an, nehmen wir an. So, weiter geht's. Müssten ja bald schon da sein. Ja, wunderbar. Jawohl, wir machen interaktiv. Hat auch geschrieben. 700 Meter. Ja, ich auch. Ich sitze bei dir in der Kutsche. Ne, ich sitze 50 Meter hinter dir. So, wir rollen schon nach vorne. Sieht schon ganz gut aus. Das Ding müsste gleich uns sein und dann nehmen wir an, nehmen wir an, die Station ein. Höp. Wollen wir jetzt vorwärts. Gucken schon mal schnell. Ich weiß nicht, warum das hier so dermaßen abgekackt ist. Ich nehme den Wolverine und klatschen direkt mal hier als Nächsten wieder rein. Höp. 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 So, haben wir ein bisschen aufgeteilt. Wunderbar. So, jetzt kann es losgehen und jetzt sind wir auch schon da. Wunderbar. Ah, das ist schon fest in unserer Hand. Klappt das schon ganz gut. Ja, er richtet sich schon aus wie das nächste Ding. Auf. Rammgeschwindigkeit. Okay. Okay. Na? Ich treffe den Hund nicht. Na, komm her, komm her, komm her. Ja, jetzt aber. Hm. Ich weiß nicht, aber ich habe mit Arm of Average gegen, ich weiß nicht, blau. Oh. Ähm. Ähm, ja. So. Zack. Jetzt sind wir erstmal hier. Jetzt nehmen wir erstmal das Ding ein. Und nachher werden wir, German Inc. hat sich schon gemeldet. Die Jungs sind nachher auf Ammerich unterwegs und haben uns gefragt, ob wir da mal mit einschreiten. Und dann werden wir nachher auch direkt mal fleißig austesten, wie das funktioniert. Dann werden wir uns einfach da anschließen. Die Kana Biolapse sind wir in 5 Minuten. Wow. 5 Minuten. Das schaffe ich nicht. 5 Minuten. Wir müssen erstmal... Ähm. Ja, okay. Doch, werden wir versuchen gleich. Wir nehmen das Ding einfach ein, dann hauen wir ab. Wechseln wir nach Ammerich. Schreibe ich unseren Leuten auch jetzt direkt mal. Squads, nein. Platoon, Korea. Wir stehen kurz vor dem Sieg. Bein Sekunden noch hier. So. Zack. Wir haben die Einrichtung erobert. guck mal auf, drückst du Escape, siehst du die Map, klickst du auf Verlegen. Dann, äh, kommst du wieder oben raus, beim, ähm, Warp Gate, und dann gehen wir flott. Dann kannst du da oben wieder rauskommen beim Warp Gate, und dann gehen wir nach Ammerich. Und werden wir versuchen, die Jungs da mal zu unterstützen. Zack. Ammerich. Häpp. Ich werde das auch abändern, in Helm. Dingspunks. Da kann ich jetzt leider nichts zu sagen. Rekrutierung deaktivieren. Ähm. Ammerich. Ne? Okay, Rekrutik aktivieren. Zack. Warte Schlange. Warte Schlange schon, nach Ammerich? Nicht, die, 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 der, die, die, der, die, der, der, der Schlange 2, warte, der Mittel wieder 0, oder ist es schon 2020. Ja, da geht der jetzt flott. Ziel, wo ist Icana? Da hin geht's. Buff. Buff. Zack. Ab in den Fliege und da rüber. Zack. Los geht's! Da, da bin ich mal gespannt, wie das hier hinhaut, wie das funktioniert. Ja, zack. So, vielleicht kann ich hier grad noch schreiben. Oder... So, fein, wunderbar. Guck ich mal. Hier over the Pads ist ja nix los. Zack. Da sind wir. Die Fliegeschehen ist gleich weg. Und das hier sieht schon sehr gut aus. Komm her, ich erfriere dich. Bitteschön. Kein Problem. Na gut. Am Mann bleiben. Was haben wir denn? Ist jetzt nur Punkt A? Wird aber dann haarig. Pass auf, hier könnte Dicke rein. Ja, komm Dicke. Willst du auch hüpfen? Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Den Dicken haben wir eingesackt. Da haben wir ihn. Wir stehen in deiner Stunde. Wir stehen in deiner Stunde. So. Sehr geil. SKE Gefahr. Ja. Ja, schön. Hüpf' dich vor meine Kanone rum. Das könnte schwer zerfällen, wenn ich jetzt abrücke. so. Hahaha. Ging ja bestens. Au, 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 au. Shit. Hör dich gerade ein bisschen leise. Oder das... Der Server lässt niemanden rein. Im Moment sind schon 15 Mann jetzt in der Warteklange. Oh, hier kommen aber immer wieder Leute an, wie ihr seht. Warte, 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 ich treffe dich. So. So. Schön die Mechs hochhalten. Na, so funktioniert immer prima. Ja, ich verprier dich doch, warte. Schön an dem Mann dran bleiben. Sieht doch gut aus. Ist sie da? Alles klar. Sie kommen mit. So. So. Wunderbar. Wo ist sie denn? Ah, 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 ah. Hätte ich schon so weit rausgehen sollen. War mein Fehler. Wunderbar. Bin sehr weit rausgerannt. Ah, ich werde schon geheilt. Wunderbar. Oder auch nicht. Ja, ich muss sagen, im Moment ist der Ingenieur wieder meine absolute Lieblingseinheit. Wunderbar. Ja, ich verprier dich doch. So. So. Nur noch bei B rein. Da haben die den kackigen Ingenieurator wieder nö, ne? Ich glaube, wir haben gerade die Mehrheitsverhältnisse auf Elmerisch gekippt. Das könnte sein. 47, 47 Prozent. Wir waren 16. Haha. Wir brauchen die anderen noch viel mehr. Lauf hier, lauf hier. Du musst vor. Kämpfe. Sehr gut. Da sind wir schon würdig. Komm her. Hier. Kein Problem. Oh. Rest ihn. Rest ihn. Schieß. 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 ative. Hah. Hoop. Ich kenne mich. Check. Boah. Ach. Wir sind ja ganz gut noch am Gegendrücken. Ich geh nicht zu nah nach vorne. Das tut weh. Jawohl. So, nächstes Ziel Nächstes Ziel muss ich mal nachfragen Ach, unten die Thunder müssten wir ausschalten, oder was? So, wir möchten die jetzt Schieß, 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 schieß Schieß, 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 sch